Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Lias und ihr seht hier der LANZ-TV natürlich mal wieder und natürlich wünsche euch ich an der Stelle auch noch ein frohes Weihnachtsfest. Genießt die kommenden Feiertage, schaut, dass ihr ein bisschen runterkommt, die Akkus aufladet, am Handy vielleicht nicht immer so ganz erreichbar sein, ist auch ein persönlicher Tipp von mir, um eben ein bisschen abzuschalten. Und ja, wenn ihr sowieso Sturm interessiert seid und auch ganz nebenbei vielleicht sogar noch was Gutes tun wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall noch schwarzer helfen, wärmstens ans Herz legen, in der Videobeschreibung da der Link, also einfach draufklicken für weitere Infos. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, dann natürlich auch noch ein guter Rutsch ins Frühjahr 2020, denn ja spätestens da gehe ich natürlich felsenfest davon aus, dass wir da auch eine überzeugende Sturmmannschaft auf dem Platz sehen. Und eben ja, da hoffentlich auch noch ein bisschen mehr Grund zur Freude im Frühjahr haben. Also auch natürlich an alle Kicker, die gerade sich auf den Malediven oder wo immer da den Bauch erbräunen lassen, habt ihr schon recht so. Und ja, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Wie gesagt, noch mal frohe Weihnachten an die komplette Sturmfamilie. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Hohoho! Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.